Musik Jo Leute, herzlich willkommen willkommen hier zurück zu lucky rush mit am start der da ross hallo mit 32 schade lucky blogs und 32 youtube direkt los oder ich krieg ein ei ich krieg nur scheiße dein weil nur 1 ja ich habe glaube ich ja oh mein gott au au ich bin aber nicht tot um nein es nicht will muss aber mal gucken und ich bin mal da alles noch oder nicht lebt natürlich ist meine wollte weg also ich gucke bei mir sicher ist sicher war sein mann ich wollte rollen ich weiß nicht wo meine wolle war ach da er ist noch da ist das op lucky magic p lucky man es habe ich in schwerten geiles leser schritten kommen es runtergefallen ja ist halt ein kacknob oder das gem oh nice was hast du gemacht oh mein gott oh mein gott junge mach ganz schnell weg fünf wenn es geht boi kann ich nicht ja egal war es wahrscheinlich da ohne wiener nein ist ja nett oh mein gott jetzt war lag 4 ok warum nicht gleich so gut warum nicht gleich so menschen wir das sagen ich weiß es nicht oh nice oh ich habe wieder ein brunnen vielleicht passiert das wieder oh da hat jemand die shade boots ernsthaft ja benutzt die man nicht diesen verboten ich hab jetzt ganz schön mal das vor der aufnahme gesagt alles ist erlaubt alles oh oh was habe ich da bekommen youtube boots die fliegen ja auch nicht sein ernst oder was boi 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 YouTube. Lex 4. Schnell. Boy. Boy. Wieder der TNT Ball. Komm jetzt. Nee, nicht kill. Hast du schon durchgedrückt? Nein, jetzt. Ja, bei mir hat es schon TNT. Gott sei Dank bin ich da ein bisschen weiter weg. Bei mir kommt es schneller durch. Das ist aber weniger. Das ist weniger als davor. Alter, ich habe voll den krassen Bogen. Aber irgendwie, hä? Ja, es explodiert auch noch und ich fliege bis nach Uganda. Alter, ich habe... Ich habe einen richtig krassen Bogen bekommen, Alter. Lapis Maloui-Bow. Hast du Leg 4 gemacht? Ich habe dich auch noch getroffen. Ja, ich habe Leg 4 gemacht. Ich habe dich auch noch getroffen mit dem Bogen. Der ist richtig OP. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Was war? Auch TNT über dir? Ich fliege wieder ein bisschen nach Uganda. Ey, wehe. Da ist jetzt wieder meine Wolle weg. Nee. Die Wolle weg ist noch da. Vielleicht passiert das Level nochmal. Ja, Leg 4. Hast du das jetzt gedrückt? Nein, mach schnell. Boy, Mann. Übertreibt nicht. Ja, und ich fliege wieder bis nach Uganda. Ja. Nicht in die Tschechei. Nee, nach Uganda. Okay. Okay, Wolle ist aber noch da. Ich kill. Jetzt bekomme Pink Orb. Alter. Ich mache das Prinzip keine Brunnen mehr auf. Was habe ich jetzt bekommen? Omega Sword. Ja, wenigstens eins. Schwer, das ist gut. Was hast du gemacht? Okay, keinen Leg 4. Alles gut. Hä? Oh? Hast du was gemacht? Ja. Jetzt hast du das Ding. Fuck. Ah. Ich verrege dich doch. Ich verrecke. So ein bisschen. Respawn. So ein bisschen. So ein bisschen. Respawn. Aber jetzt bekomme Täterhelm. Weil ich der Täter bin. Täter Meta. Ich bin der Täter. Aber ich dachte, es ist eigentlich immer der... Der Ding. Ähm. Immer der Gärtner. Du weißt, was ich... Jo, Alter. Okay. Na. Hä? Hä? Alter, dieser Bug immer. Was für ein Bug? Ja, so ein Bug halt. Ich muss mir meinen Lucky Blocks wiedergeben. So. Das? Äh. Lucky. So eine Scheiße, Mann. Nice. Oh, fuck. We know. Oh, fuck. We know. Das Game Mode. Ah, nee. Spawn Point. Wow. Oh mein Gott. Spawn Point. We know. Spawn Point. We know. Spawn Point. We know. Booty. 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 So. Booty. 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 So. Ah, schon full. Oh, die ganzen Orbs weg. Die brauche ich nicht. Speed brauche ich nicht. Water breathing brauche ich nicht. Booty brauche ich nicht. Das behalte ich alles mal. Hast du gemacht? Ähm. Kopf respawn. Ah, okay. Hä? Alter Latz. Ich krieg wieder nur Kack. Also, das gute Zeug habe ich am Anfang bekommen. Jetzt bekomme ich gerade nur Rotz. Nur Rotz-Motz? Ja. YouTube Gaming Leggings. Gaming Maming. Oh, das tut jetzt so viel besser. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was habe ich da bekommen? Der Ficker 9001. Okay. Schwert von Devitual. Aha. Oh, da oben ist was Jutes. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht. Oh ja, das brauche ich. Wow. Kommt da an, Alter. Lass mich mit Kekse. Was ist das? What the fuck ist das? Verzieh dich. Ich sag's dir. Lass mich deine Wolle abbauen. Komm rüber zu mir. Warum solltest du? Wolle such, Battle. Meine Mutter. Ich kann dich eh nicht töten. Ah ja. Ja, deshalb ja. Was? Ja, Wolle such, Battle. Ich kann dich nicht weghauen. Das ist das Problem. Ja, wow, du bist so... Ich will noch meine Lucky Blocks aufmachen. Lass mich nur... Ja, dann mach die doch auf. Ich kann dich eh nicht töten. Wow, hier ist ein riesen netter Star, Alter. Ja, dann mach den riesen netter Star eine nette zurück und dann ist gut. Ich brauche... Man, ich brauche doch nur... Oh, oh, wow. Jetzt kann ich es nicht abbauen. Du bist nur ein Spasti, ne? Ich finde es auch noch lustig. Ja, finde ich. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Alter. Okay, Moment. Moment. Digga, übertreib nicht. Was? Boi, mach keinen Scheiß. Ja, komm doch einfach. Such meine Wolle. Was? Ich soll kommen? Oder klimm den Turm des YouTube-Gamings. So. Zack. Jetzt ist sie... Fuck, Alter. Moment, ich kann doch... ...Emerald-Dinger machen, oder? Ja, nice. Geil. Digga, du gehst mir auf den Sack. Was machst du da oben? Hä? Chillen. Bis du rübergehst. Das ist so ein Spasti, ne? Ich hab dich genau gesehen, du Sack. Wollt, dass ich hier sneaken. Okay. Ja, mach doch hin, Alter. Digga, ich geh gleich rüber. Jetzt chill, ja? Ja, dann lass mich doch bei dir wenigstens chillen. Nee. Ah, Mist. So. Digga. Mach keinen Scheiß, Boy. 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 Ja? Boy. So. So. Mach keinen Scheiß, Junge. Guck mal, wegen dir... ...habe ich dafür keinen Platz. Für was? Nur wegen dir. Boy. Was ist der? Als ob du jetzt diese Scheiße abgebaut hast. Ja, ich hab sie runtergeworfen. Egal, ich hab noch Holz. Ja, mach doch einfach hin, Mann. Ja, mach ich noch. Jetzt chill einfach. Chill dein scheiß Leben, Boy. So. Genau das wollte ich. Jetzt fliege ich rüber. Ja, gut. Endlich. Tu mir aus. Du bist ein Huren, Mann. Wieso fliege ich eigentlich? Was zum Teufel hast du gemacht, Alter? Hast du mich gerade gekillt, du Lappen? Ich hab dich getötet. Warum, Alter? Weil du mich getötet hast. Lass mich einfach durchlaufen. Leck mich am Arsch, Alter. Was machst du eigentlich? Weil du mich tötest. Alter, du bist... Ich sag die ganze Zeit, lass einfach die Wolle gegenseitig suchen. Wenn du erst Wolle findet, ist okay dann. Was? Ja. Wenn du erst Wolle... Weißt du, du hast... Ja, genau das. Deine Wolle ist richtig schlecht versteckt. Das ist ja klar, oder? Ja, wenn du scheiß flug... Ne, Mann. Ich hätte die auch so gefunden. Deine Wolle ist weg. Nein, hättest du nicht. Ich mache jetzt hier meine restlichen Blöcke auf. Gut. Hm, geil. Was ist das? Weil die Start-Larpis läuft. Kann ich hier noch irgendwas machen? Toll, Alter. Ist deine Wolle überhaupt noch da? Ja. Das ist ein Mongo, ey. Oh, was ist denn das hier jetzt? Okay. Uh. Ja, tu dich baggisch runter! Hahaha. Ich will jetzt... Uh. Okay, damit kann man nur das Schwert machen. Okay. Wo bist du eigentlich? Ich bagge hier rum wie so ein Affe. Scheißverpackte Lucky Block. Ach so. Da drüben ist er. Okay, ich... Was? Das ist doch mal vernünftiger... Das ist bei den Boots doch immer so, ey. Ey, ich gucke jetzt bei dir, ob du noch... Du hast doch bestimmt noch irgendwo... Ja, weißt du, ich komme hier nicht mehr raus! Oh, was habe ich jetzt bekommen? Das habe ich jetzt getan. Oh. Uh. Bauen meine Wolle ab und töte mich, Mann. Ich habe deine Wolle schon nichts abgebaut, Digga. Ja, dann komm her! Ne, ich will mir jetzt noch was kurz bauen. Und zwar... Bessere Rüstung. Jetzt töte mich, komm her, ich bin unter dir. Nein. Machen wir jetzt YouTube... YouTube-Sachen. Weil die cool sind. YouTube Gaming. Wo bist du? Jetzt pusst nicht rum, Alter! Wieso gibst du auf? Ja, weil wir es euch machen! Du hast dir scheiß... Schade... Piss... Kack, Alter! Als ob das irgendwas damit zu tun hat, Mann. GG. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und lasst ein Like da. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.